Du bist in einer Baptistenkirche, die 12. Weltlichkeit, Modernismus, Formalismus und Liberalismus ablehnt. Schlagt Römer Kapitel 12, Vers 2 auf. Wir gehen hier nicht mit der Welt, was die Welt als akzeptabel ansieht, was die Welt als gut ansieht. Denn die Welt wird das Gute Böse nennen und das Böse Gut. Wir gehen nicht mit dem, was gerade innen ist, dass wir hier eine Rockband in der Gemeinde haben, irgendwie Hillsong oder irgendwas. Wir werden nicht mit dem gehen, was gerade modern ist. Wir werden nicht mit dem gehen, was einfach traditionell von dieser oder jener Richtung gelehrt wird. Wir gehen nicht mit irgendwelchen Traditionen einfach nur um der Tradition willen. Hey, Traditionen haben ihren Platz, aber wenn etwas unbiblisch ist, wie zum Beispiel Dispensationalismus, dann glauben wir das nicht. Wir gehen nicht liberal mit der Bibel um, sondern hier wird alles gepredigt in der Bibel. Die ganze Bibel, wir gehen nicht liberal damit um. Naja, das könnte man irgendwie umdeuten. Hey, wenn die Bibel etwas sagt, dann ist es ein perfektes Gotteswort. Und dann glauben wir es, dann wird es gepredigt und es wird nicht umgedeutet. Ja, 3. Mose 20, Vers 13, was könnte das bedeuten? Es bedeutet das, was da steht. Und wenn du ein Problem damit hast, dann hast du ein Problem mit dem Wort Gottes. Dann hast du ein verdammt großes Problem. Denn die Bibel sagt, die Worte des Herrn sind reine Worte, in irdenem Tiegel geschmolzenes Silber, siebenmal geläutert. Es sind reine Worte, es sind herrliche Worte, es sind gute Worte. Du sollst dich freuen an Gottes Wort. Römer Kapitel 12, Vers 2. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln, durch die Erneuerung eures Sinnes. Damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wir müssen unseren Sinn erneuern lassen. Denn wir kommen natürlich aus der Welt, wir haben falsche Vorstellungen hier und da. Wir müssen die Bibel lesen, wir brauchen gute Predigten, wir brauchen die Gemeinschaft in der Gemeinde. Und du musst zur Kirche gehen. Nicht, weil ich das sage, sondern weil die Bibel das sagt. Dass wir unsere Versammlung nicht verlassen. Wir müssen unseren Sinn erneuern lassen. Wir müssen, wir dürfen uns nicht anpassen dieser Welt. Die Bibel sagt, dass wir von ihnen hinausgehen sollen, uns absondern sollen. Sollen wir uns absondern wie die Mennoniten, irgendwie wie die Amish oder so. Oder dass wir kein Internet nutzen oder so. Darum geht es nicht. Sondern wir sollen eben nicht uns dieser Welt anpassen. Wir sollen nicht genauso sein wie diese Welt, genauso wie alle anderen, sondern wir sind Gottes Volk als Christen. Kurz gesagt, du bist in einer Gemeinde gelandet, in der die Bibel der Boss ist. Lass uns beten.